Mein Name ist Marius Raubacher. Ich komme aus Nürnberg und ich arbeite schon über zehn Jahre für Hofmann Personal. Ich wurde damals in der Fußgängerzone angesprochen, ob ich nicht mal bei Hofmann Personal reinschnuppern möchte. Ich mir einfach mal angucken möchte, wie funktioniert Personaldienstleistung und die Chance habe ich genutzt. Ein Exkurs bei einem anderen Unternehmen, ein Sportwagenhersteller, ein Bekannter. Das war ein Jugendtraum von mir, ein Kindheitstraum und irgendwann wurde es dann Realität und ich durfte tatsächlich dort ein Praktikum machen. Ich habe da eine Unternehmenskultur kennenlernen dürfen, die aber sehr konzerngeprägt war. Also sprich, dass Menschen oftmals nicht an einem Strang ziehen, sondern eher gegeneinander tatsächlich arbeiten und sehr viel Neid und Missgunst auf der persönlichen Ebene stattgefunden hat. Und deshalb habe ich mich für Hofmann Personal entschieden. Bei Hofmann Personal hat mich einfach dieses familiengeführte, wertebasierte Zusammenarbeiten interessiert und ich wollte auch genau so arbeiten. Ich wollte selbst mitgestalten können. Ich habe begonnen als Praktikant, wurde weiter beschäftigt als Werkstudent, hatte dann eben auch die Möglichkeit im Key Account Management zu arbeiten. Im Key Account Management wurde ich tatsächlich gefördert mit einem Mentor, sprich wir hatten einen Senior Key Account Manager, der mir sehr viel von seinem Wissen, von seinen Erfahrungen beigebracht hat. Und so konnte ich mich in meiner Persönlichkeit Schritt für Schritt entwickeln und zu dem Zeitpunkt, wo dieser Kollege in den Ruhestand gegangen ist, durfte ich diesen Verantwortungsbereich übernehmen. Es ist ein Team Spirit, der daraus entsteht und du bekommst jeden Tag gefühlt neue Challenges, an denen wächst du. Das macht einfach Spaß, weil du weiterkommst, persönlich weiterkommst und hast eine Unternehmerin, die auch ein Auge dafür hat. Wer bringt Leistung? Wer möchte sich einbringen? Wer möchte die Organisation voranbringen und so zum Erfolg von Hofmann Personal beitragen? Hofmann Personal ist mein Arbeitgeber. Es ist mein Job, in dem ich mich selbst verwirklichen kann, in dem ich mich persönlich einbringen kann und du hast die Chance, andere Menschen auch mitzuentwickeln. Und das ist eigentlich das, was Hofmann Personal ausmacht.